Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft Mike Stolzenberger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach es genau jetzt, damit du keine Passübung, Spielformen, Schnelligkeitstraining und 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 mehr verpasst. Also bitte jetzt abonnieren. Natürlich freue ich mich auch über Likes und Kommentare ganz besonders und ich werde sicherlich auch über jeden Kommentar antworten. Also bitte tut meinen Gefallen und Leid. Ja, die heutige Übung, die ich euch zeigen möchte, ist eine Passform hier im halben Trapez über einen halben Platz, um dort auch mehr Tiefe ins Spiel zu bekommen. Deswegen habe ich diese Passform gewählt mit den normalen Geschichten, Klatschform und in die Tiefe zu spielen, wieder Klatschform und zur Seite zu spielen. Um dann auch wieder einen normalen Pass zu nehmen, wie ihr es hier auch seht oder in der Skizze gerade entnehmen konntet. Natürlich um die Standzeiten klein zu halten und ihr mehrere Spieler seid, dann nimmt auch einen zweiten Ball, sogar vielleicht auch einen dritten Ball, je nachdem wie viele Spieler da sind. Oder baut es auch zweimal auf. Das habe ich auf der anderen Seite natürlich auch gemacht dort, weil wir natürlich einige Spieler haben. Ja, schön, dass du halt wieder dabei warst bei meinem Fußballtraining. Und wie gesagt, ich würde mich über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal. Dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Dein Trainer aus Leidenschaft. Vielen Dank.